Ja, mein Name ist Andreas Hager, mein Kollege der Philipp Weiß. Wir beide waren zusammen betraut mit der Konstruktion und mit der Planung von der Elektroanlage für diese Modulhäuser. Wir haben uns viele Gedanken gemacht über die Auswahl der Komponenten, über die Auswahl der Fabrikate. Letztendlich sind wir auf die Firma El Taco gekommen, weil die eine große Auswahl bieten an Komponenten, die für die Umsetzung des Projekts hervorragend geeignet sind und auch dieser lange Firmenname El Taco hat uns auch einen Teil Sicherheit gegeben, dass wir mit El Taco zusammenarbeiten wollen. Wir haben uns natürlich sehr viele Gedanken gemacht, wie flexibel muss so ein Modulhaus sein, weil wir natürlich individuell für unsere Kunden das Allerbeste liefern wollen. Jeder Kunde möchte seine Individualität haben und da sind wir natürlich mit der Firma El Taco sehr gut aufgestellt, weil wir hier extrem ein sehr breites Produktportfolio haben, wo wir verschiedenste Sensoren, ob das ein Taster, ein Funktaster ist oder ein Bewegungsmelder, Präsenzmelder, Rauchmelder, können wir alles zentral auf dieses System ankoppeln und natürlich mit unserer Holzbauweise ist es natürlich sehr toll mit diesen Funktastern. Wir können diese platzieren, wo wir möchten. Wir können einem Kundin das somit anbieten, er kann es frei wählen, wo er seinen Taster, seinen Schalter haben möchte. Das ist natürlich für uns mega praktisch und es geht auch sehr schnell zu installieren. Ein anderes Thema, wo wir natürlich auch sehr begeistert sind, ist diese Vielfalt. Wir arbeiten natürlich mit El Taco zusammen, mit dieser Konnektivität zum V-Butler, dass wir hier diese Vielfalt an Komponenten zusammen vernetzen können und unserem Kunden ein einheitliches Komplett-Smart-Home-System anbieten können. Er hat nur seine einzige App kann mit dieser App alles steuern. Deswegen haben wir uns hier für die Firma El Taco entschieden und das breite Produktportfolio. Ja und hier in unserem Musterhaus auf der Landesgartenschau in Wangen haben wir natürlich den perfekten Ort zum uns präsentieren. Die Firma VivHome stellt hier komplett auf der kompletten Ausstellungsdauer von der Landesgartenschau ein Modulhaus aus. Dieses Modulhaus wird später verwendet als Schutzhütte für einen Waldkindergarten und diese Beleuchtung hier im Raum wurde komplett realisiert mit DALI-Leuchten, wo wir auch auf dieses El Taco-System angeschlossen haben und können hier natürlich diese Szenen, diese Beleuchtung frei gestalten. Je nachdem wie auch in Zukunft die Kinder dann hier drin Veranstaltungen machen kann, die Lichter individuell dimmen, einschalten. Wir haben Szenen wie das Modulhaus auch nachts dargestellt wird, damit wir einfach uns hier auch auf der Landesgartenschau ein bisschen von unseren Mitbewerbern absetzen können. Wir beide als Elektromeister sind voll im ganzen Umfang zufrieden mit dem System von El Taco und können es nur jedem weiterempfehlen. Vielen Dank. Vielen Dank.